ARD Text im Auftrag von Funk Ach du Kacke Ja guck mal die wartet da oben schon am Fenster Und ne 93er Oskar Roberts Die Runde kann ich eigentlich total vergessen Weil das ist irgendwie so ein Die rande einfach weiter Interessiert die gar nicht dass die hier Flaschen schmeißen Schauen wir mal wie schlimm es ist Ich glaube nicht so schlimm oder? Oh Gott Ich würde ja sagen Juhu ich hab und Neil da sitzen Nein Aber Wenn da natürlich ne psychischer Bar steht In der Mitte hast du Ja gut Das stimmt natürlich Ja Aber ich möchte jetzt schon nicht das einfacher ist Glaub ich Kommt viel besser durch Kommt viel besser durch? Ja Genau Also die kleben dir nicht so Am Arsch meinst du ja Ja Auf gut Deutsch Na ja Na okay Profi könnte vielleicht dann doch zu leicht sein Das sagte ich mir nämlich schon Das ist ja das was ich bekostet hatte Wie gesagt, in der Karriere war er selbst Profi gar nicht so, ey, guck Warte dann einfach, bis du dein nächstes spielen musst Ich häng jetzt mal hier Stell ich's doch mal rüber hoch Der ist ja nicht so wild Erstmal schauen wie's ausgeht hier Hier war nur wichtig, dass die Olle hier nicht blenden kann Die Olle eine Ach ne, die ist einfach weitergelaufen, okay. Der ist jetzt halt 10 Freunden vor mir. Ja, das ist das, was ich meine und das würde ich dann langweilig finden. Also wenn jetzt wirklich so extrem für dich steht, dann macht er dir auch kein Sinn. Also wenn dann komme ich wahrscheinlich sogar noch durch. Problem ist, ich kann das so nicht mehr absetzen, ne? Ne, und das stimmt natürlich, ja. Ja, ich kann die Schwierigkeit noch im Spiel umstellen. Ja, du kannst die Schwierigkeit im Spiel noch umstellen. Ja. Weiß nicht, All-Star oder Superstar? Superstar ist ein Super-Holofilm. All-Star ist ein Super-Holofilm. Okay. Was meinst du? Hm. Ich würde sagen, einfach das Nächste, was? Das Nächste. Was hat das Lief gerade gehabt? Profi. Profi. Und danach kommt All-Star und da kommt Superstar und Holofilm. Na, All-Star ist schon... All-Star ist schon okay. All-Star. Die schmeißt doch alles oben, äh. Also wenn sie gegen mich jetzt verlieren, trotz meines kaputten Controllers, dann lache ich aber. Also, kaputt ist er ja nicht, aber... Okay, zwei Gins sind durch. Der oben im Haus und... Oh, war ein bisschen kurz. Ach, die Meg ist hier ja noch. Die verletzte Meg. Die Ja, da ist nichts mehr zu blenden. Oh, der eine ist da unten im Keller. Habe ich jetzt gerade erst gesehen. Gut, dass ich Marik hier hatte. Guck, hier sollte eigentlich eine drin sitzen, aber irgendwie... Doch, da hinten ist noch eine. Ach, die Meck ist hier im Schrank drin. Und die andere wird gerade noch geholt, ey. Also irgendwie nur, weil die Leute Hex heißen, läuft das irgendwie ziemlich aus dem Ruder hier, finde ich. Und die ist auch tot. Und... Schon habe ich gesagt, mit da hinten ist die Verletzte. Und wir sind ja alle verletzt. Die Bots mal in eine Dreierposition zu kommen, ne? Das ist echt zu schwer. Echt? Er geht noch zurück. Ach, die andere hat sich erst mal geheilt. Ich weiß gar nicht, wer tot ist. Ach, die ist auch tot. Ach Gott. Okay, die andere ist da hinten. Irgendwo hier in der Nähe des Hauses. Irgendwo hier ist sie. Ja, hier sind Spuren. Wenn sie Lücke kriegt, ist es okay, aber... Guck mal wie schnell die ist. Guck mal wie schnell die ist. Ach du Scheiße, ich wollte gerade sagen, die sind so ein Haken. Ach hier wäre die Loke gewesen, Mädchen. Direkt vor deiner Nase. Tut mir bereit, dass du sie nicht bekommen hast. Zwei Hacks, Leute. Wahnsinn, äh, ich glaube zwei Jens oder so hatten die gemacht. Ach, verdammt die. Bist du jetzt schwieriger, oder? Boah, schön, aber ich hab schon mal viel Pass gemacht, das war's. Pff, das kenne ich ja schon. Pff, das war's. 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 also das ist okay. Hellsicht, Adrenalinbestärkung, Stärke durch Schatten, Verwandt, Sprintboost, ach deswegen konnte ich so schnell rein. Hexenwerk, Hyperfokus, Gelegenheit nutzen und das Hexenwerk ist es, dass du dich selber auf dem Keller am Haken befreien kannst. Das war's für heute.